Wir wollen jetzt mit dem Baron sprechen, wie ihr sehen könnt. Ich bin jetzt kurz vor dem Dorf. Es brennt. Im Dorf oder die Burg besser gesagt. Brennt. Wir reiten jetzt schnell mal hin und schauen uns an, was passiert ist. Vielleicht Aufständische, vielleicht wird der Baron gestürzt. Wer weiß. Aus dem Weg, wir haben es eilig. Der Baron hat den Stall in Brand gesteckt, okay. So. So, du wartest hier plötzlich, du bist nicht feuerfest. Mal schauen, was uns erwartet. Oswin, wo ist Oswin? Hat ihn jemand gesehen? Ich glaube, er ist vorhin zum Stall rüber. Was? Es brennt. Seid ihr blind? Wollt ihr das Feuer nicht löschen? Das ist nicht so einfach. Viele haben Angst. Wenn der Baron einen Wutanfall hat, macht er keine Gefangene. Mein Bruder ist noch im Stall. Wir müssen ihn rausholen. Da verbrennt er und die Pferde. Mal sehen, was ich tun kann. Schnell jetzt. Beeilung. Oh Mann, schon wieder so eine Entscheidung hier. Oh shit, hier ist der Baron. Aber wir suchen zuerst den Stalljungen. So, was hilft denn hier? Art? Nö. Wie komme ich hier durch? Hier muss es noch irgendeinen anderen Eingang geben, oder? Nö. Ja, was anderes bringt uns heute. Wie komme ich hier rein? Abgeschlossen. Ach, hier steht eine Leiter. Oh mein Gott. Mist, so viel Raum. Ich muss mich beeilen. Ich glaube, hier bringt das gar nichts. Wo ist der denn? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Oh shit. Wo ist der jetzt? Ganz im Ernst. Ich sehe ihn nicht. Oh shit, wir sind gleich tot. Oh nein. Oh nein. Oh Mann. Ja gut, das war jetzt nicht sehr erfolgreich. Aber ich denke mal, beim nächsten Versuch klappt es. Jo, die Burg brennt. Ich weiss. Aus dem Weg, liebe Leute. Ich bin schon da. Ich muss jetzt mehr drauf schauen. Was bei den Quests steht, rechts, habe ich es jetzt irgendwie überhaupt nicht mitgelesen. Das ist natürlich blöd. Aber wir haben doch einen... Egal. Oswin. Wo ist Oswin? Hat ihn jemand gesehen? Ich glaube, der ist vorhin zum Stall rüber. Was? Es brennt. Seid ihr blind? Wollt ihr das Feuer nicht löschen? Das ist nicht so einfach. Viele haben Angst. Wenn der Baron einen Wutanfall hat, macht mein Bruder schon die Statt. Das überspringen? Ja. Mal sehen, was ich tue. Schnell jetzt! Beeilung! Ich habe das jetzt mal ganz frech übersprungen. So, los geht's. Wir beeilen uns diesmal. Ist hier eine Leiter? Sonst zieht es mir... Nein! So, hopp jetzt. Ich komme dich holen. Ja, gehst du jetzt auf, du scheiß Tür. So. Und jetzt müssen wir das Hauptdoor öffnen. Hoppla, wieder das Fall. Obwohl das ja nichts bringt. So, einmal hier durch. Und hier öffnen. Geht ja. Wir haben einen Helden in unserer Mitte. Du hast dir einen fast lyrianischen Walz verdient. Anna hatte eine Fehlgeburt. Bevor oder nachdem du sie verprügelt hast. Was zur Hölle willst du damit sagen? Verkauf mich nicht für dumm. Du hast sie jahrelang geschlagen. Schließlich hatten sie genug und liefen weg. Stimmt das etwa nicht? Ah! Warte mal auf. Ich zermalme dich. Sie sind vor dir geflogen, nicht? Boah! Boah! Ich kann ihn wieder mal nicht an... Wo ist er jetzt hin? Ach, so ein Scheißdreck. Boah! Der ist wirklich zäh. Und vor allem das mit dem blöden Anvisieren geht wieder mal nicht. Fünf Kohlen auf den Hexer. Reicht's mir langsam. Oh, der macht uns fertig. Ach, shit! So ein Scheiß. Was ist denn das für eine blöde Quest? Boah, nicht schon wieder. Bitte nach dem Stall. Ich will nicht schon wieder den Scheißstall machen. Komm schon. Bitte, bitte, bitte. Einfach wieder beim Faustkampf einsetzen. Das wäre schön. Nein! Ja, ich mache das jetzt, glaube ich, im Schnelldurchlauf. Und ihr könnt mich dann sehen. Wenn ich ihn erfolgreich besiegt habe. Boah, endlich! Wir müssen reden. Hinsetzen. Du hast sie geschlagen. Ich habe niemals Hand an Tamara gelegt. Und Anna? Das ist etwas anderes. Sie wusste genau, wie sie mich erzürnt. Wie hat deine Frau dich wütend gemacht? Die Suppe versalzen? Die Socken nicht gestopft? Sie kannte mich seit 20 Jahren. Betrunken wie nüchtern. Sie wartete auf meine Heimkehr als Sieger oder als Verlierer, den sie zusammenflicken musste. Sie wusste wie niemand sonst, wo sie mich kneifen muss, damit es wehtut. Du hast sie geschlagen, weil sie dich kritisiert hat? Ach, Hexer. Du hast keine Ahnung. Nun, vielleicht erzähle ich es dir ja einmal. Aber nicht heute. Boah, redet da langsam. Hey, ich hasse den. Hätten wir den nicht einfach töten können? Ich soll glauben, dass du Tamara ein guter Vater warst? Nach der Szene im Burghof? Glaub gerne, was du willst. Aber sie war immer mein Augapfel. Sie hatte hier das Sagen. Das kann jeder bestätigen. Sie ritt die Pferde, ging mit den Männern auf Jagd und auf Patrouille. Wurde ich zornig, holte man sie. Nur sie konnte mich besänftigen. Klingt, als hätte sie ein herrliches Leben gehabt. Aber warum ist sie dann weggelaufen? Wüsste ich das, bräuchte ich dich nicht. Du wusstest die ganze Zeit, dass sie geflohen sind. Ja, das stimmt. Warum hast du das nicht gesagt und meine Zeit verschwendet? Hätte ich gesagt, dass ich meine Frau und meine Tochter nicht bändigen konnte, du hättest mich für einen Schlappschwanz gehalten. Ja, das ist die Frage. Was nehmen wir? Wie sind sie geflohen? Was ist passiert? Sie sind nicht weggelaufen. Du hast sie vertrieben. Kann natürlich sein. Egal, wir wissen eh, wie wir sie finden können. Das spielt jetzt keine Rolle mehr. Ich weiß, wie ich sie finde. Wie? Ich weiß von dem Kind. Anna und ich. Es war nicht so, wie es jetzt scheint. Na schön, ich bin ganz ohr. Erzähl, was passiert ist. Diesmal die Wahrheit. Ich hatte drei Tage am Stück gesoffen. Anna kam und sagte, sie würde gehen. Ich flehte sie an, aber sie wollte nichts hören. Ich wollte sie aufhalten. Sie wandte sich wie ein Aal. Wir kämpften. Sie stürzte. Mehr weiß ich nicht. Ich erwachte morgens mit einer pissschweren Hose und einer riesen Beule am Schädel. Meine Lieben waren fort. Weißt du, wie das ist, Hexer? Nein, wie zum Teufel solltest du? Ich hatte nichts mehr. Nur die Flasche. Als hättest du nicht zuvor schon gesoffen, du alter Knacker. Die Kampfspuren in dem Zimmer, das Loch in der Wand, der Wein auf dem Absatz. Warst du das? Ja. Wir haben uns gestritten. Sie wollte mir mit dem Kerzenhalter auf den Kopf hauen, hat aber ständig verfehlt. Sie schlug auf die Wand und den Pfeiler. Ich bin zurückgewichen und auf den Tisch gefallen. Dabei habe ich den Wein umgeworfen. Anna nutzte den Moment, um zu fliehen. Sie rannte die Treppen runter, den verdammten Kerzenhalter in der Hand. Ich habe sie auf dem Absatz eingeholt. Wir sind gestürzt. Ich dachte, ich hätte sie. Da schlug sie mir auf den Kopf. Ich verlor das Bewusstsein. Keine Ahnung, was danach passierte. Als ich erwachte, war ich allein. War Tamara dabei? Hat sie den Streit mit angesehen? Vielleicht durch die Tür. Im Zimmer war sie nicht. Leider. Womöglich wäre alles anders gekommen. Ihr Anblick hat mich immer beruhigt. Schöne Ausrede. Wenn wir jetzt Mitleid haben, irgendwie klappt es bei mir nicht so ganz. Was geschah dann? Es wurde noch schlimmer. Ich erwachte bei Sonnenuntergang und wusste nicht, wie viele Tage vergangen waren. Erst hielt ich alles für einen verdammten Säufer-Albtraum. Doch dann ging ich ins Schlafzimmer. Und Anna war nicht da. Stattdessen war alles voller Blut. Ich begriff, sie hatte eine Fehlgeburt gehabt. Ich konnte nicht atmen. Ich ging zum Bett und sah es. Es lag da. Ein kleines, hilfloses Ding. Auf blutigen Laken. Tod. Und das war mein Werk. Wir wollen natürlich wissen, wo das Kind hin ist, denn wir brauchen es, um den Todgeborenen zu finden und somit auch Anna und Tamara. Vielleicht dein Werk, vielleicht auch nicht. Aber ihr Amulett könnte wichtig sein. Oder die Tatsache, dass sie es verloren hat. Was hast du mit dem Kind gemacht? Was hätte ich schon machen sollen? Ich hab's vergraben. Einfach so? Verdammt! An eine Beerdigung dachte ich nicht. Es war ein Albtraum. Er sollte aufhören. Das war meine Hoffnung. Ich sagte, Anna, ein kleines, unser kleines, würde alles wieder richten. Doch sie starb, ehe sie geboren werden durfte. Verstehst du, Hexer? Mein Kind war tot. Ich fühle mit dir. Wirklich. Danke. Und ich hoffe, dass du deine Ciri findest. Unserer Abmachung nach muss ich zuerst Tamara und Anna finden. Gut, dass deine fehlgeborene Tochter uns dabei helfen kann. Was? Wie das? Fehlgeburten, die nicht richtig begraben werden, verwandeln sich manchmal in Fehlgeborene. In was, verdammt? Ich glaube, das muss er nicht so genau wissen, oder? Du brauchst es nicht genau zu wissen. Es gibt Blutsbande zwischen der Kreatur und deiner Familie. Damit kann ich sie finden. Wie? Auf zwei Arten. Begräbt man einen Fehlgeborenen unter der Schwelle des Familienheims und hält ein Ritual ab, verwandelt er sich angeblich in einen Tölpelwold. Das ist eine Art Kobold. Ein Wächtergeist, der mich zu deiner Familie führen kann. Und die andere? Wir töten ihn, nehmen ihm etwas Blut ab und bringen es zum Beideler. Der tut den Rest. Töte mein Kind nicht. Es hat genug gelitten. Heb den Fluch auf, damit es endlich in Frieden ruht. Das ist ein Wächtergeist, der sich in Frieden ruht. Das ist ein Wächtergeist, der sich in Frieden ruht. Das ist ein Wächtergeist, der sich in Frieden ruht. Das ist ein Wächtergeist, der sich in Frieden ruht.